Omecron wurde vor vielen Jahrhunderten gegründet. Willkommen im Donaupalast. Ich bin Nemea, oberstes Donauweibchen im Bezirk Baden. Höret den Zauber vom Kraut wieder tobt. Herzlich Willkommen im Magischen Theater. Haben Sie jetzt vielleicht schon den Namen erraten, zu dem ich weltweit bekannt bin? Wir bei Omecron haben über jeden Menschen Unterlagen. Und dafür bin ganz allein ich, der Archivar, zuständig. Omecron wacht über das Gleichgewicht der Welt. Tretet ein in den geheimen Garten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017